Hallo zusammen! Dereen Middletons tägliches Leben besteht daraus, anderen Menschen zu helfen. Die junge Frau aus Tennessee arbeitet in der Notaufnahme des örtlichen Krankenhauses. Ein Job, der sehr viel Aufopferung verlangt und noch mehr Zeit benötigt. Doch eines Tages brauchte auch Dereens Großmutter Wilma Hilfe aufgrund einer Erkrankung. Weil sich die Enkelin wegen ihres Berufes nicht um sie kümmern konnte, machte Wilma eine unwahrscheinliche Bekanntschaft mit einem neuen kleinen Freund. Zwei Jahre ist es her, dass bei Dereens Großmutter Lungenkrebs diagnostiziert wurde. Damals war es ein Schicksalsschlag für die ganze Familie. Doch Wilma gab so leicht nicht auf. Trotz ihres Alters wagte sie eine Operation und ließ sich eine Lunge entfernen. Die OP war Kräftezehren für die alte Frau und es dauerte lange, bis sie sich davon erholt hatte. Sechs Monate später dann der neuerliche Schock. Wilma hatte nun auch noch Brustkrebs. Nun war klar, sie würde Unterstützung brauchen, um ihr Leben weiterhin meistern zu können. Zwar bot Dereen ihre Oma an, bei sich einzuziehen, doch die alte Frau hatte kein Interesse dran. Schließlich wohnte sie schon seit Jahrzehnten in ihrem Haus und wollte nun nicht mehr weg. Verständlich, denn ein wenig Unabhängigkeit möchte wohl jeder kranke Mensch noch haben. Doch was nun? Der Wiener arbeitete Vollzeit und studierte nebenbei noch. Sie konnte ihrer Großmutter nicht so oft zur Hand gehen, wie es nötig gewesen wäre. Außerdem musste sie auch regelmäßig zu ihrer Behandlung in die Klinik fahren. Dort kam die wunderbare Nachbarschaft ins Spiel. Zahlreiche hilfsbereite Menschen sahen täglich nach der tapferen Dame und unterstützten sie, wo es nur ging. Dereen war unheimlich dankbar, denn es war ihnen zu verdanken, dass ihre Oma noch lebte. Aber es gab einen Menschen, der Wilmas Leben mehr verändert hat als jeder andere. Der siebenjährige Caleb. Es ist die Geschichte einer unglaublichen Freundschaft, die nur das Leben schreiben kann. Trotz des enormen Altersunterschieds verstehen sich die beiden blendend. Caleb kommt mehrmals täglich vorbei und sitzt mit Wilma auf der Veranda, wo sie sich oft stundenlang über dieses und jenes unterhalten. Er schafft es auch, die alte Dame noch herzlich zum Lachen zu bringen. Irgendwann bemerkte Dereen die täglichen Besuche des Jungen bei ihrer Großmutter und kam mit ihm ins Gespräch. Er sagte, er wolle sicher gehen, dass Wilma stets von ihren kleinen Nickerchen aufwachen würde. Darum besuchte er sie vier bis fünfmal am Tag. Dereen war so gerührt, dass sie die Geschichte in den sozialen Netzwerken teilte. Alle Welt sollte wissen, was dieser kleine Junge aus armen Verhältnissen geleistet hatte. Er hatte einer alten Frau Freude bereitet und Liebe gespendet. Nur darauf kommt es an. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn du neu auf unserem Kanal bist und dir unsere Videos gefallen, dann unterstütze uns mit einem Daumen nach oben und teile dieses mit deinen Freunden. Um keine weiteren interessanten Videos zu verpassen, abonniere unseren Kanal kostenlos und wir sehen uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.